Willkommen zurück in einer Folge WHAAAAAT Ich glaube jetzt ist... nein Okay, ich hab ein Standbild Okay, jetzt ist es Nein, jetzt geht's Wieder... ich hab wieder den übelsten Hardy gemacht Ich hab Fifa gezockt, dabei muss ich mich nach rechts lehnen Haben mich dann gedreht mit meinen Händen und dem Controller Und schlag dabei eine volle Cola Flasche, 1 Liter, wo ich den Stöpsel nicht drauf hatte, runter Sie machten 360 vertikal und ballert einmal durch die Wucht Kommt dann die Kohlensäure noch übelst ab, weil die halt neu war Und spritzt einmal quer unter meinen ganzen Schreibtisch bis gegen die Wand Alle Kabel voll, mein ganzer Boden voll Ach scheiße Cola, also mindestens einen halben Liter Cola, den ich dann verteilt habe auf dem Boden Äh, ich hab die Krise gekriegt Den 360 hätte ich gerne gesehen Und dann die erste Reaktion, als ich fertig war, scheiße, ich hab vergessen Bild zu machen Da musst du doch von Hardy lernen, der hat halt schon verstanden mit dem, okay, ich werf Sachen um und dann erst... Nein! Nein! Hattest du das nicht gewinnt! Nein! Nein! Oh nein! Das, was ich seit mal unter vier Schatten habe! Wow! Ich voll gut! Ja, komm ey, ganz ehrlich! Das ist so unverhältnismäßig! Das ist so unverhältnismäßig! Was ein geiler Typ! Ich hab nur noch einen Wurm oder was? Das war richtig geil! Nice! Wow! Du hast den noch mit dem Lupfer über den, über den, über den, über den Bummelsauern... Nee, ganz ehrlich! Peter, jetzt hast du wieder dafür gesorgt, dass die Folge wieder gedisliked wird, ja? Ey, komm schon! Weil Hardy wieder der erste... Weil wir immer alle nur auf Hardy gehen! Oh ja! Boah! Jawoll! Der ist doch weg! Nein! Was ist das denn?! Wie geil war das denn?! LOL! Oh! Fast vollständige... Alter! Alles klar! Oh Gott! Jay macht jetzt Harakiri! LOL! NEIN! LOL! Wie... Wie gut das war, dass der Harakiri macht! Alter! Nein! Das war schon ziemlich sexy! Boah! Ich glaube, ich bin nächste Runde weg! Alter! Die sitzt! Die sitzt! Hahaha! Nein! Doch, der stirbt! Falscher... LOL! Der übernimmt! Er ist tot! Nice! Der ist tatsächlich tot! Boah, Peter, du wirst jetzt sterben, glaube ich! Ich glaube auch! Komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon! Stirb! Nein! Der lebt doch! Nein! Nein! Banane! Hast du noch was? Nein! Nicht mal den Sieg so lang! Mach die eine Sekunde! Was? Eine Sekunde! Der will sich selber noch töten! Du musst... Du musst... Du musst ja eher den... Du musst ja eher den 135ern! Du musst ja eher den 135ern! Lass Hadi sterben! Bitte! Du musst auf jeden Fall den 135er mehr erwischen! Nein! 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 Ja! 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 Boah! Oh Gott! Pah! Ja! 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 Das war schon mal gar nicht so schlecht, der 1. Teil! Hat schon mal funktioniert! Boah! Ja, die Chance ist schon mal höher zu finden! So geht das ja nicht! Hey, was solltet eigentlich? Seid ihr eigentlich voll behindert? Was soll das denn jetzt, ey? Lass mich doch da oben da sitzen. Du hast dich verpisst, du Kackpussi. Das ist immer so, der, der sich als erstes darauf verpisst, der ist immer dran. Was soll das denn, sagt er noch? Tut so voll überrascht, da hab ich sogar vorhin noch angekündigt so. Ja, ohne Spaß. Sonst hätte ich mich schon längst da oben hin teleportiert, wenn keiner abgetraut ist. Blödes, von hier aus kann ich nix machen. Alter, wie du da einfach mal voll easy... Alter, du kriegst mir so auf den Sack, Junge. Das ist einfach so scheiße sogar. So scheiße bist du. Ey, warum bist du denn jetzt wieder rechts aus der Ecke gehüpft? Jetzt kann der nicht so oft... Ja, und das liegt daran, dass er da auch mich easy rauskriegen kann. Er kriegt mich so oder so da raus, wenn er will. Ja, dann machst du aber nix gegen, wenn er jetzt gegen drei Leute spielen muss. Ja, du hast ja auch den Ballrock geweckt, Hadi. Du hast zu tiefsig den Ballrock. Boah, guck mal, du könntest voll easy den 68er killen mit Wasser oder so. Nein, ich muss jetzt noch rüberwerfen. Alter, wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Selbst so einen offensichtlichen kill wie den nimmst du nicht mit? Die Mine wird... Nein! Was meinst du denn? Ich stecke fest! Was ist denn das jetzt gewesen? Wie geil ist das denn? Das war schon ganz schön nice. Boah, da hab ich im kleinen Moment... Im kleinen Moment hab ich ein bisschen Pipi-Tropfen in der Hose gehabt. Das war ja... Das war ja der Shit. Wie schlecht! Wie schlecht! Wie schlecht! Nein! Nein! Und den Teleport auch noch verbraucht. Nicht schlecht. Hat er den verbraucht? Ja, der hat doch Död gemacht, oder? Oder behältst du den dann? Boah, wieso hab ich denn so einen fucking Gegenwind? Nee, wer ist denn da? Du nimmst, du nimmst ne Bazooka, Alter! Das ist halt echt schon der Shit. Du hättest so ziemlich alles benutzen können, was das Spiel hat, außer die Bazooka. Komm, es fliegt rüber, bitte. Oh, nice. Du musst die... Nein, nein. Ich hab im Sack, Alter, was ist denn hier los? Alter, um die Position da oben zu halten, hast du echt einiges auf die Fresse gekriegen müssen. Ja, stimmt. Und weil du das da oben gewonnen hast, helf ich dir gleich. Klärtaste für Q. Was ist das denn? Alles klar! Bitteschön. Da wird irgendwann ein richtiger Kopf geschüttelt, nicht gerührt. Lass doch gar nicht mehr auf. What the fuck, Alter. Die Wasserphysik, ey. Was geil ist, der 16er stirbt doch jetzt gleich. Der war richtig gar geschaukelt, derweil, ey. Ach, du hast keinen Wurmwechsel mehr, wa? Oh shit, dann geh nicht ans Kissen hoch. Ah, die zwei, mein Gott. Das war zu weit! Nein! Jawoll, wir werden das erste Mal! Halt! Nice, Jay! Oh man, das war zu weit! Ich wollte doch nur zu Christian rüber! Ich find's voll gut, dass meine Augen noch rausgucken. Ohhhh! Komm, vor Peter kommst du noch! Wenn du den jetzt abschießt. Wenn der jetzt einfach nur Bersuka auf Peter schießt. Der muss einfach nur über mir stehen und dann kommt der Schiff. Du kannst doch über dir wieder dahin, in die Kuhle rein. Jack kriegt nicht mal Bronze, Jack kriegt nicht mal Holz. Jay ist einfach nur Playmobil-Spieler ohne Spaß. Wenn Playmobil-Dimensions rauskommt, weiß ich schon, wenn er als erstes zocken wird, ne Peter? Ja, bestimmt nicht ich. Ja, ja, ja. Haut rein, ihr geiles Schnittchen! Bis dann, tschüss! Tschüss! Musik Musik